Ich hasse Legs. Legs sind scheiße. Mann! Ja, okay, ähm... Doinks, doinks. Ja, das ist das Spiegelschild. Cool, oder? Bing. Pung, Pung. Okay, egal. Just Wayne, wir wollen ja jetzt, ähm, nach oben wieder und die Kugel, naja. Leg of Doom. I hate this Legs. I hate them so much. Ups. Na, komm wieder raus, du Schleimi. Brups und brups. Gut. Jetzt kann ich wieder meinen Kraftanband auswählen. Dann nehme ich dich in die Hand, schieb das zur Seite. Dann muss ich dich wieder dahinter werfen und dann muss ich... Naja, toll, das ist ja überhaupt nicht kompliziert oder so. So gar nicht. Naja, Wayne. Ähm... Donks. So, und runter da. Wo komm ich denn hier raus? Ach, hier, okay. Ich weiß nicht, um jetzt dahinter zu kommen, muss ich da wieder Dingens aktivieren, oder? Die Kugel, oder nicht? Liege ich da richtig, liege ich da falsch? Ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, denn... Ähm, sagt mal... Ja, okay, gut. Und... I hate it so much. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das ausgestellt bei Fraps. Wenn nicht, dann ficken. Ähm... Wo muss ich nochmal lang? Ich muss da hoch, genau. Dann muss ich mein Schild wieder ausrüsten. Aha, und toll. Oh mein Gott. Und dann muss ich wieder in die Ecke hocken und dann... Oh mein Gott. Ich habe mich gerade schwul angehört, oder? Richtig schwul. Naja, so. Ne? Ihr wisst schon, was ich damit meine, hoffe ich. What the fuck? Das Spiel bringt mich noch zum Outrage. Und hat es sowieso schon gebracht, aber... Fuck. Dubs. So. Jetzt... Stirb. Stirb. So. Dankeschön. Dubs. Okay. Genau da will ich hin. Dankeschön. Ähm... Schwupps. Und runter da. Und muss ich es jetzt darüber werfen mit einem gekonnten Wurf, oder nicht? Natürlich nicht. Oh mein. Warum? Die Truhe war doch schon aktiviert. Was? Wie? Oh nein. Leute. Das bringt mich noch um. Ich muss jetzt... Gut. Fassen wir doch mal zusammen, was ich tun muss. Ich muss... Mit der Kugel da runter laufen, zu diesen Viechern. Dann muss ich sie da drüben hinwerfen. Die Viecher muss ich dann wieder so besiegen, dass die Truhe da rüber kommt. Ähm... Sekunde, nein. Ich muss die Kugel da rüber werfen. Dann muss ich wieder irgendwie da hinkommen. Und dann muss ich wieder runter und wieder... Ich hab doch keine Ahnung. Es fickt euch doch einfach. Es ist zu kompliziert. Ich hasse den verfickten Scheiß-Tempel. Oh Mann. Wehe. Dieses Ding ist schon wieder nicht aktiv... Wird. Ich wäre jetzt beinahe wieder runtergefallen. Ähm... So. Kugel. Mit... Ah toll. Ich muss das Teil natürlich aktivieren. Okay. 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 Moment. Ich mach das jetzt mit Speed-Taste, denn ich hab... Kein Bock auf irgendwas zu warten oder was weiß ich. Die Kugel lasse ich jetzt einfach mal da. Ich versuche jetzt eine Wahrsager-Kugel oder whatever. Kristall-Kugel. Was auch immer zu finden. Ähm... Die ich dann aktivieren kann. Sehr gut. Dankeschön. Dann muss ich springen. Lernen. Üben. Oh mein Gott. Jetzt hab ich beinahe wieder runtergefallen. Jups. Gut. Dann, ähm... Gut. Nehmen wir die Kugel doch mal mit. Würde ich sagen. Oder? Na? Link, was hältst du denn davon? Yay. Ähm... Super. Dankeschön. Hätten wir den Bumerang nicht, weiß ich nicht, ob das geklappt hätte. Aber es hat geklappt. Immerhin. Wow. I like it. Ah mein Gott. Müssen wir jetzt hier... Wir müssen hier, glaube ich, runterspringen. Bums. Hallo? Gut. Bums. Wenn ich nach oben gehen müsste... Moment. Ich mach ein Save-Set zur Sicherheit. Denn ich hab keinen Bock da nochmal. Ähm... Ja, gut. Das ist... So. Ich dachte nur, dass die Kugel dann... Egal. Ja, gut. Werf... Bums. Ich hätte es jetzt so einfach machen können. Die waren alle auf einem Fleck. Ich hätte sie einfach mit dem Schwert schlagen müssen. Boah. Ihr habt es nicht gehört. Ihr habt das nicht gehört. Echt nicht. Ähm... Gelb. Das heißt nach Grün. Nein, nach Rot. Gut. Ja. Wunderbar. Das klappt doch schon mal super. Zur Demonstration. Gut. Und. Fick dich. Na, komm. Na, kommt alle zusammen. Wenn ihr grün seid. Grün ist nach Gelb. Ja. Ah. I am awesome. Ich hab's schon so oft gesagt. Keiner glaubt mir. Na, egal. Ähm... Gut. Wenn's jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann töt ich irgendjemanden. Gott, schon wieder diese Scheiße. Boom. Nein. Boom. Und... Ups. Dankeschön. Hier hinstellen und einfach speed up. Denn... Das ist einfach lame. Runter da. Dann... Den so geliebten Endtag rausholen und die... Zur Trühe. Mein Gott. Du besitzt nun eine Bombe. Also los. Ja, das war, ähm... Jetzt aber wirklich was Ironisches, denke ich. Oder? Das war ironisch jetzt vom Spiel selbst, oder? Ich denke schon. Die letzte Säule. Oh yeah. Boom. Boom. Wann macht's? Genau, jetzt hat's... Bam. Bam. Es hat Bam gemacht. Wir können wirklich weitermachen. Was bringt uns da? Schauen wir uns doch mal die Karte an. Genau, der eine Stockwerk ist völlig verschwunden. Das eine Stockwerk. Das. Nicht der. Der eine Stockwerk. Genau. Naja, obwohl. Naja, egal. Ich komm da nicht mehr rüber ohne... Na gut, ich brauch die Kugel nie wieder in meinem ganzen Leben. Kann ich hier... Ich kann hier sowas von. Ich kann hier nicht. Das ist nicht euer Ernst. Oh, fickt euch. Fickt euch. Moment, das muss doch gehen. Es geht nicht. Nein. 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 Ich hasse alle Menschen auf diesem Planeten. Vor allem... Die Leute, die dieses Spiel erstellt haben. Nee, nicht. Es ist ein super Spiel. Okay. Aber man ist halt so drauf. Wenn man so drauf ist wie ich. Ne? Dann ist klar. Hoffe ich mal. Bums. Ähm. Ähm. Bum. So. Ähm. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Was sollte, hätte, können, getun haben? Ich weiß es nicht. Da drüben ist vielleicht irgendwo eine Treppe. Oder... Da ist eine Treppe. Genau so. Da müsste ich nach oben kommen. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie ins nächste Stockwerk kommen. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin. Mal gucken. Da ist die Kugel. Die braucht kein Mensch mehr. Ich jedenfalls nicht. Ach, ich muss die Kristallkugel aktivieren. Na, so ein Zufall, dass ich einen Bumerang habe. Und hier eine Kristallkugel steht. Oh. Yes. Sehr wunderbar. Ähm. Ich kann euch einfach so von der Seite angreifen, obwohl ihr eine Maske auf habt. Habt ihr überhaupt eine Maske auf? Oh, wo ist das Stroh? Das passt ja nicht. Naja, egal. Irgendwie hört es sich gerade an, als würde es laggen. Aber naja. Wayne. Boing. Dödup. Boing. Dödup. Gut. Ich brauche das eigentlich gar nicht, aber... Oh, da geht es zum Bossraum. Wunderbar. Ich habe noch keinen Boss-Schlüssel. Jetzt ist der Tempel ein wenig erträglicher geworden, denn jetzt ist... Ja. Ähm. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel, oder? I have no key for whatever. Mein Akzent ist super. Irgendein Kanadier hat mir in meinem ersten Iron-Part, also ich weiß nicht, welcher erste Iron-Part, ich glaube, der vom alten LP, ich weiß nicht, geschrieben, ich hätte irgendwie einen komischen Englisch-Akzent und sollten uns vereinigen gegen die USA, oder... Nein, was hat er geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, irgendein Scheiß hat er halt geschrieben. Naja, egal. Wayne. Bobs. Bobs. Ah, das bringt eh nichts, wenn ich da reingehe. Oh. Hey Typ, willst du zu mir? Okay, Jungs, kümmert euch um ihn. Hä? Wie? Och, niedlich. Fledermäuschen. Sind das Fledermäuschen? What the hell? Ähm, Schwert? Bobs. Bobs. Ah, ist das alles? Mache... Was? Ähm, ja, ich denke mal... Das ist kein Problem. Bobs, 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 Bobs. Du Miststück. Du hast eben meine Brüder besiegt, dafür wirst du bezahlen, das schwöre ich dir. Yay, wir haben einen Teleporter, das ist toll. Ich bin ein Miststück. Okay. Tops. Also, ich mag den Boomerang vor allem dafür, dass wir diese Teile damit besiegen können. Später, also wir bekommen im nächsten Tempel dann eine Waffe, die... Mit der können wir dann auf jeden Fall besiegen, aber... Trotzdem. I like it, I like the Boomerang. Yep, ne, Truhe. Oh, Boss-Schlüsse. Das ist nice. Fehlt mir noch irgendeine Truhe? Ja, im untersten Stockwerk und hier fehlt mir noch eine. Ähm, im untersten Stockwerk, was könnte das denn sein? Ach, ja, das ist die Zaubermuschel, ne? Nein. Oder doch. Wir haben ja vorhin 20 Rubine bekommen, ne? Da wäre normalerweise eine Zaubermuschel drin. Was in einer anderen Truhe ist, weiß ich nicht, aber ist mir Wayne, weil... Ähm, für die 100% sind wir wirklich hier nicht irgendwie nur Rubine sültig oder sowas. Sondern... Das, was man dafür braucht, ist... Na? Und so. Egal. Tops. Ähm. Okay. Der Boss-Schlüsse führt total zum Boss. Du hast einen Teil der Macht erhalten. I like it. I like the Teil der Macht. Ah, und Schlüsse? Okay. Können wir denn hier rüber? Ja, hier können wir rüber. Und was bringt uns das? Einfach mal gar nichts, oder? Ach, ich weiß, was uns... Oh. Doch nicht. Ach, dann weiß ich was. Okay, in einem Moment. Ich möchte aber erst mal wissen, was ist denn da unten? Einfach mal gar nichts, oder was? Lol? Was ist denn hier? Ich weiß es gerade nicht. Weil... Keine Ahnung warum. Und... Und... Dich... Oh, dankeschön. Und... Oh, geheimnisvolles Elixier. Ja, gut. Das ist super. Dass ich ein geheimnisvolles Elixier für den Boss bekomme. Das ich auch garantiert brauchen werde. Mhm. Ein Gumba. Da könnte ich mir noch ein Herz holen. Ach, was... Warum mache ich es mir denn so kompliziert? Ich nehme einfach die Fee. Und ein Herz noch. Das ist perfekt. Nämlich kann ich dann das da und das da. Dann gehe ich da rüber. Und... Boing. Und Herz. Sehr schön. Ich nehme mein Schwert und die Feder. Denn, keine Ahnung, vielleicht brauche ich das. Oder auch nicht. Egal. Und... Raff da. Duh-dum-dum-dum-dum. Hallo. Boss of Doom. Hier kommt ein Vollstrecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Bwahahahaha. Ich... Oh Gott, mein... Mein... Mein Lachen war ekelhaft. Oh. Super Mario Land 2. Hatte gerade so einen Sound-Effekt von Super Mario Land 2. Ja, das sind Sound-Effekt von Super Mario Land 2. Eindeutig. Keine Ahnung, welches Spiel vorher draußen war. Ich glaube aber Super Mario Land 2. Und der Boss ist, glaube ich, auch von dem von Super Mario Land 2. bei Inspirerabs. Ja. Super. I hate this boss. Na, da bist du. Dankeschön. Ähm... Na komm her. Ficken. Bums. What the fuck? Warum hat er mir Schaden gemacht? So toll, jetzt habe ich keinen Strahlen mehr. Ähm, kann ich ihn mit Bumerang vielleicht verletzen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, sowas von gar nicht. Ähm... So, 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 so. Okay. Mal sehen, ob ich dich... Oh, mein Gott. Bitte jetzt... Jetzt muss ich hier stehen bleiben und ich hoffe, er... Ja, er macht's. Klar. Mh... Nein! Fick dich, du Scheißboss. Ähm, ich hasse den Boss, denn... Er ist kacke. So, Treffer. Schön. Und... Wenn man keinen Strahlen mehr hat, ist das natürlich ziemlich kacke, weil der hilft natürlich ziemlich gut und so. Aber egal. Und... Na, kacke. Oh. Cool. Ähm, ja. Meine Energie bin besiegt. Denn er wüscht es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich. Wir sind sein Traum. Ja, möglicherweise. Vielleicht. Kabauuuuums. Yay, wir können in der Luft stehen. Wir sind... Jetzt konnte nicht mal Jesus. Wer kann denn das dann? Naja, Wayne. Wir können natürlich jetzt hier rein und... Und... Ähm... Wir können... machen. Du hast die Poseidon-Orgel. Das ist doch keine Orgel. Yay, Skilltoast hat den Tempel geschafft. Ohne Skill. Ich hab kein Skill. Flöte. Die Musik der Flöte weist den Weg. Hä? Wie? Kommst du, Eule, noch heute oder nicht? Nein. Wieso soll mir die Musik der Flöte den Weg weisen? Das verstehe ich nicht ganz. Hä? Welche Musik denn? Äh, klar. Mein toller Freund der Fliegel Gocke ist allerdings weg. Das mag ich gar nicht. Wow. Epic. Gut, ähm, ich beende hier diese Aufnahme und lass die Musik, ähm, ein wenig ausklingen, damit ihr noch ein bisschen was von dieser wunderbaren Musik habt. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Link's Awakening. und delux. Die Musik und der Fliegel Gocke ist und der Fliegel Gocke ist nicht so gut. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda